Ab in die Zeitmaschine und auf in die Vergangenheit. In Tracking Through History unternehmen wir Zeitreisen und sammeln dabei Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Gespielt werden insgesamt drei Runden, hier Tage genannt. Für jeden Tag gibt es ein eigenes Kartendeck. Die Decks werden erst einmal getrennt voneinander gemischt. Statt einem Spielplan gibt es hier eine Spielmatte, die legt ihr in die Mitte, legt eure Punktemarke auf das Feld 0, legt die Ahnenkarten bereit, je nach Spieleranzahl, und legt das erste Kartendeck, also das von Tag 1, hier links ab, füllt die fünf Felder rechts daneben dann jeweils mit einer Karte vom Stapel. Auch die oberste Karte auf dem Stapel steht gleich mit zur Auswahl. Jede Karte zeigt oben links eine Jahreszahl, unten links die Kosten und unten rechts die Erfahrungsboni. Jeder von euch erhält einen ersten Kristall in seinen Vorrat, außerdem vier zufällige Reisepläne, auf denen finden gleich die Zeitreisen statt und da werden dann auch die Erfahrungen gesammelt. Zu Beginn der ersten Runde suche ich mir nun einen meiner vier Pläne aus, mit dem ich spielen möchte, die anderen lege ich erst einmal zur Seite. Bin ich am Zug, suche ich mir nun eine Karte vom Spielplan aus. Die Karten müssen gleich eine Zeitreihe bilden und die sollte chronologisch erfolgen, damit es möglichst viele Bonuspunkte gibt. Welche Jahreszahlen in welchem Deck vorhanden sind, finden wir auf dieser Übersichtskarte. Im ersten Deck gibt es dann doch einige Jahreszahlen vor Christi Geburt. Es macht sich also gut, eine solche Karte als erste Karte zu wählen, vielleicht diese hier. Die Karte liefert mir dann einen roten Erfahrungsmarker aus der Kategorie Person. Das Feld liefert mir einen zusätzlichen Erfahrungsmarker, hier nämlich einen blauen aus der Kategorie Ereignisse. So eine Karte muss dann bezahlt werden, wie unten links angegeben, hier mit zwei Stunden. Das machen wir auf dieser Uhr hier. Dann erhalte ich die entsprechenden Marker aus dem Vorrat, nehme die Karte und lege sie als erste Karte in meine Zeitreihe. Die eingesammelten Erfahrungsmarker platziere ich nun in den farblich passenden Spalten. Und zwar müssen die Spalten immer von oben nach unten gefüllt werden. Diese beiden Felder sind also schon einmal belegt. Die anderen Karten rutschen jetzt nach, eine neue Karte vom Stapel wird auf das leere Feld gelegt und der nächste Spieler ist dran. Der zweite Spieler, hier der gelbe Spieler, wählt diese Karte hier. Die liefert ihm dann gleich drei Kristalle und einen roten Erfahrungsmarker, kostet aber auch gleich vier Stunden Zeit. Ja, und dann ist auch schon der grüne Spieler dran, es ist nämlich immer der dran, der am weitesten hinten bzw. in einem Stapel oben liegt. Die restlichen Karten werden erneut nach rechts verschoben. Der leere Platz wird mit einer neuen Karte vom Stapel aufgefüllt und der grüne Spieler möchte jetzt diese Karte vom Stapel nehmen. Die liefert ihm immerhin einen blauen Erfahrungsmarker, das Feld an sich liefert hier keinen Bonus. Wie angegeben verursacht die Karte nun drei Stunden Zeit, das heißt grün zieht seinen Marker auf drei Uhr. Jetzt ist noch die rote Spielerin dran. Sie wählt diese Karte hier, 1385 für drei Stunden Zeit und erhält damit einen grünen und blauen Marker. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, denn die Zeit kann reduziert werden, indem Kristalle bezahlt werden. So können die Stunden auf maximal eine Stunde reduziert werden. Mit einem Kristall würde diese Karte jetzt nur noch zwei Stunden Zeit verursachen. Die rote Spielerin landet auf meiner Uhr und befindet sich damit erneut am weitesten hinten. Bei einem Gleichstand ist ja der weiter hinten, der weiter im Stapel oben liegt. Somit erhält die rote Spielerin direkt einen Doppelzug, kann also direkt die nächste Karte auswählen. Das könnte dann zum Beispiel diese hier sein, die kostet drei Stunden Zeit, bringt einen blauen Marker und einen lilafarbenen mit so einem W. Das bedeutet Wild, das ist ein Joker, der kann in einer beliebigen Spalte platziert werden. Jetzt befinde ich mich wiederum am weitesten hinten, das heißt, ich bin am Zug. Ich möchte die Karte hier ganz rechts haben, die kostet allerdings fünf Stunden, das ist mir dann doch ein bisschen viel. Jetzt habe ich nur noch einen Kristall in meinem Vorrat, den gebe ich aber dann immerhin aus, um die Zeit auf vier Stunden zu reduzieren. Erhalte dann zwei neue Kristalle aus dem Vorrat, die kann ich dann auf dem nächsten Spielzug einsetzen. Außerdem erhalte ich einen grünen und einen blauen Marker, den ich dann wieder auf meinem Zeitreisentableau platziere. Wie immer werden die Spalten von oben nach unten gefüllt und da erreiche ich hier bei grün dann erstmals ein Feld, das so einen Bonus liefert. Das Feld, das ich hier abdecke, zeigt erneut einen Kristall, heißt, ich erhalte einen weiteren Kristall aus dem Vorrat in meinen Vorrat. Die gewählte Karte zeigt das Jahr 900. Wie gesagt, die Jahreszeiten müssen chronologisch sein, mit beliebigen Lücken, aber sie müssen aufsteigend sortiert sein. Ja, das Jahr 900 ist auf jeden Fall später in der Zeit, als das Jahr 49 vor Christi Geburt. Die Kosten für diese Karte hatte ich ja um eins reduziert. Statt fünf Stunden rücke ich also nur vier Stunden nach vorne, grün ist jetzt am Zug. Das Spiel geht auf diese Weise weiter. So werde ich meine Zeitreihe also mit jedem Spielzug um eine Karte erweitern und ich erhalte neue Marker, decke ich hier so ein Punktefeld ab, wie hier in der blauen Spalte, dann erhalte ich die Punkte direkt auf der Punkteleiste. Ja, auf meinem Zeitreisenplan gibt es mehrere solcher blauen Felder. Immer wenn ich so ein Feld überdecke, erhalte ich die Punkte. Genauso, wenn ich solche waagerechten Verbindungen komplett gefüllt habe. Das würde ich hier beispielsweise ganz oben schaffen, wenn ich hier einen gelben Marker hinzufüge. Das bringt mir dann die zwei Punkte, die daneben stehen. Statt einer Jahreskarte kann ich in meinem Spielzug auch eine Ahnenkarte nehmen, sofern noch welche im Vorrat sind. So eine Ahnenkarte kostet immer drei Stunden Zeit und liefert immer einen lilafarbenen Wildmarker. So eine Ahnenkarte lege ich einfach ans Ende meiner Zeitreihe. Sie kopiert die letzte Jahreszahl und muss keine Chronologie beachten. Der Wildmarker kann dann in eine beliebige Spalte gelegt werden. Auf eine Ahnenkarte kann dann eine weitere Ahnenkarte oder auch wieder eine Jahreszahl gespielt werden, wenn sie der Chronologie folgt. Jetzt sind wir knapp vor Rundenende. Mir fehlt noch ein roter und ein gelber Marker, um elf Punkte in der Waagerechten zu erzielen. Wir spielen bis zwölf Uhr, das heißt, mir stehen noch zwei Stunden zur Verfügung. Da könnte ich diese Karte hier wählen. Die ist allerdings im Jahr 506 vor Christi Geburt angesiedelt und passt nicht in meine Zahlenreihe. In diesem Fall muss ich meine Reihe ablegen. Sie bildet einen Stapel und wird bis zum Spielende aufgehoben. Die neue Karte bildet dann die erste Karte einer neuen Zeitreihe, die ich jetzt bilden kann. Warum habe ich das gemacht? Weil ich durch das Feld dieser Karte einen gelben Marker bekomme und durch die Karte an sich einen roten Marker. So kann ich dann diese beiden Felder belegen und erhalte in dieser Runde eben noch diese elf Punkte. Die Karte kostet zwei Stunden Zeit. Da komme ich jetzt genau auf die zwölf und schaffe ich es, meine Uhr genau auf die zwölf zu bringen, erhalte ich auch noch drei Bonuspunkte. Die zurückliegenden Spieler spielen nun so lange weiter, bis sie ebenfalls bis zur zwölf gelangen oder darüber hinaus, wobei die Uhren auf der zwölf liegen bleiben. Den Drei-Punkte-Bonus gibt es nur fürs Exakte erreichen. Jetzt werden alle Marker von der eigenen Spielertafel zurück in den Vorrat gelegt. Die Tafel wird abgelegt und gegen eine neue, von den übrigen Dreien, die ja jeder noch besetzt, ausgetauscht. Tag zwei wird dann mit neuen Karten gespielt, das heißt noch ausliegende Karten auf der Matte werden entfernt. Sie werden dann durch Karten vom Deck zwei ersetzt. Nach Runde zwei passiert das Gleiche mit Karten vom Deck drei. Und nach der dritten Runde folgt die schlimmen Punkte, die ich im Spiel gemacht habe, erhalte ich für jeden noch übrigen Kristall einen Punkt. Außerdem gibt es jetzt die Wertung der Kartensets für meine Zeitreisen. Jede abgebrochene Zeitreise bringt mir nun so viele Punkte, wie es der Anzahl der Karten entspricht. Habe ich also beispielsweise eine Reise mit fünf Karten abgelegt, erhalte ich dafür, wie hier angegeben, sieben Punkte. Bei zehn Karten wären das schon 30 Punkte, jede weitere Karte bringt drei Punkte mehr. Habe ich eine Reise mit nur einer einzelnen Karte beendet, dann kostet mich das drei Punkte. Alle Punkte werden auf der Punkteleiste entsprechend angepasst und wer nun die meisten Punkte gesammelt hat, ist dann der Sieger. Wenn ihr das Spiel schon besser kennt, könnt ihr die Time Warps mit ins Spiel nehmen. Da zieht ihr dann pro Runde eine zufällige Time Warp-Karte, legt sie hier ab. Die kann dann von jedem Spieler einmal pro Runde genutzt werden. Da wird dann so ein Marker draufgelegt und dann wird die Aktion entsprechend als Alternativaktion durchgeführt. Hier bekommt Rot beispielsweise zwei gelbe Marker, aber alle anderen Spieler drei Punkte. Wie gesagt, jeder Spieler kann diese Aktion einmal pro Runde durchführen. Kein Spieler darf sie zweimal durchführen. Die Kosten stehen oben auf der Karte, das ist hier immer eine Stunde. In Runde zwei wird dann eine neue Karte aufgedeckt. Hiermit kann beispielsweise dann die zuletzt ausgespielte Karte gegen eine Ahnenkarte ausgetauscht werden. Und es gibt auch Karten, die liefern so einen dauerhaften Effekt. Die müssen dann gar nicht erst belegt werden. Hier beispielsweise gibt es immer sofort drei Punkte, wenn ich eine Karte mit Kosten von vier oder höher nehme. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Karten. Da ist noch für ordentlich Abwechslung gesorgt. Ja, so Zeitreisen würden mich ja im Real Life tatsächlich interessieren. Wer möchte nicht mal gern vorübergehend in alten Zeiten leben? Im Spiel planen wir nun eine Reise durch die Geschichte. Und da die Reisen chronologisch vonstatten gehen, sollte jeder also mit einer Jahreszahl starten, die möglichst weit zurückliegt. Eine Reise frühzeitig abbrechen zu müssen, weil keine passende Jahreszahl mehr ergänzt werden kann, ist mitunter ärgerlich. Aber kein K.O.-Kriterium. Es gibt ja noch die Ahnenkarten. Da spielt auch mal das Glück mit, aber unsere Ergebnisse waren trotz unterschiedlicher Spielweisen dann doch immer sehr eng. Die Regeln sind schnell verstanden. Der Zugmechanismus ist bekannt aus Spielen wie Nova Luna oder Patchwork. Das Belegen der Tablos erinnert an typische Roll-and-Ride-Spiele, wie ganz schön Clever oder Super-Mega-Lucky-Box. Die Boni bei Tracking Through History beschränken sich auf die Kristalle, die einen länger im Spiel halten, sowie auf simple Punkte. Ja, ich hätte es tatsächlich schön gefunden, wenn es auch noch weitere Boni gegeben hätte, wie zum Beispiel bestimmte farbige Erfahrungsmarker oder Joker. Aber okay, die gibt es dann eben über die taktische Kartenauswahl, bei der manchmal auch die Ahnenkarten keine schlechte Entscheidung darstellen, da sich ja die Auslage nach jeder Runde schon wieder verändert haben kann. Ja, im Spiel zu viert ist das Spiel unberechenbarer. Die Auslage ändert sich laufend. Die Wartezeiten können auch länger sein, wenn ich mit vielen Stunden nach vorne presche und mich alle anderen dann erst einmal einholen müssen. Im Spiel zu zweit wiederum ist der Kartendurchlauf geringer. Das beste Spielgefühl lieferte mir eine Dreispielerpartie, auch wenn es mit allen Spielerzahlen gut funktioniert. Es ist ein typisches Gateway-Spiel, ideal auch für Gelegenheitsspieler oder eben Familien, die eine Mischung aus Taktik und Glück mögen. Die Spieldauer beträgt dabei selten mehr als eine Stunde, einzig Grübler können auch hier wieder für Verzögerungen sorgen. Alles in allem ist Tracking Through History für mich ein entspannendes, aber keinesfalls banales Wohlfühlspiel, für mich gute sieben Punkte wert. Im Spiel zu dritt und aufgrund der schönen Ausstattung und Optik sogar mit Tendenz zur Acht. Eine deutsche Adaption des im Kern eigentlich abstrakten Spiels fände ich auf jeden Fall lohnenswert, wenngleich man auch mit wenigen Englischkenntnissen gut durch das in den meisten Teilen sprachneutrale Spiel kommt. Meine ausführliche schriftliche Rezension findet ihr zudem wie immer ergänzend auf unserer Webseite. Achtung